so hallia und hallo herzlich willkommen hier bei friday the thirteenth killer puzzle das haben wir 6 live angezogen ja das ist quasi Teil 2 von steve way camp was ich ziemlich cool fand da habe ich nichts einzustellen so einfach mal gucken da kann ziemlich viele Sachen machen ich mache mal ja hier natürlich auch andere Kostüme und so ein Kram und heißt Jason halt von friday the thirteenth der Mörder Lieblingsmörder so hier wird immer bekloppt aber ja so ja die gibt es natürlich noch mehr also alles klar so und erst mal eine sequenz ich weiß nicht, dass sie immer so laut Ja, die Sequenzen sind immer recht lustig. Wenn man das hören will. So sieht das Spiel dann halt aus und jetzt kann man hier immer so vier gegen gehen, was noch bestimmte Steps machen kann. Erster Killed. Abends rennt man irgendwo gegen und muss irgendwie machen, dass man nicht mehr dagegen läuft. Oder hier sind's. Keine Ahnung, die Finishings. Ah, Blutrausch. Cool. Na ja, der Plästicht hebt gleich ab. Ja, Entschuldigung. Deswegen scheiße hier eine Live-Aufnahme. Plästicht ist auch laut. Vor allem, das Spiel ist runtergeladen, lächerlich. Na ja. Erinnern halt hier so Stellen. So, irgendwann gibt's auch so Stellen. Ähm, tja, da kommen wir halt jetzt weiter. Also, ähm, das Dynamit oder sowas, da muss man genau gucken, wie man irgendwo um ihn geht. So, jetzt ist, ist ja klar, jetzt kann ich's nur so machen. Bitte, äh. Ja, und dann geht das halt immer so weiter. Andere Levels. Irgendwann kommen auch, ähm, härtere Gegner, Polizisten. Irgendwann, die schießen dann auf einen. Jetzt müssen wir gucken, wie man's macht. Manchmal rennen die Leute auch weg. Da muss man die, äh, in irgendein anderen Kästchen, äh, hinlotsen, damit man sie kriegt. So, hier, jetzt musst du schon, ja. Vor allem, ich kann es nicht einfach so laufen, wie schwer da geht nicht. Ja, wie soll man's hier machen? Mal so. So. Ja. Ja, man hat's gesehen, so muss man's halt da machen. Ja! Oh, der. Cool, der. Ja. Cool, ja. Also, mir macht das immer Spaß, das finde ich cool. So, hast du gesagt, eine läuft jetzt weg. Der läuft auch weg. Aber jetzt kann ich, wenn ich jetzt nach rechts gehe, kann ich dann wieder runter aneinander links. Das wird dann schon klappen. Oh. Oh, ja. Und du kriegst auch noch, äh, cool mehr. Und das. Cool. Ja. So schließt man sich halt hier durch jeden Level durch. Ich weiß nicht, wie viele Levels immer gibt, äh, so in einem Kapitel, keine Ahnung, aber es gibt ziemlich viele Levels, also sind auch immer noch gut schwer. Ja, man weiß nicht immer genau, wie man machen muss. Irgendwann hat man auch nur, äh, dass man hier so nur dreimal hin und her darf. Also jetzt kann ich ihn noch endlich laufen, also irgendwann ist es so, dass man immer so weit, ähm, so viele Steps machen darf. Na. 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 Oh, das. Hier gibt es keine Gefangenen. Na. 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 Du kriegst nur noch. Cool. Oh, das. Cool. Cool. Na. Na. Ja. Ja. Viel mehr kann Schlüssel machen. So, jetzt haut er ab. Ähm. 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 Ja. Okay. Na ja. Das wird dann halt auch immer schwieriger. Ja. 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 Sag ich mal, euch mal einen schönen Abend. Dann warte ich mit. Dann hoch. Und ja. Bis nächsten Mal geht es nicht. Schüssi. Dann warte ich mit. So. Gutes Spiel. Dampf hoch.